Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und sein Institut für Robotik und Mechatronik stehen für Hightech, Präzision und Exzellenz. Hier werden Roboter gebaut für den Einsatz in anderen Welten. Technik, die weiterentwickelt auch auf der Erde eingesetzt wird, als Tool für den Einsatz im OP. Das Telechirurgiesystem MiroSearch. Eine der größten Stärken des Instituts für Robotik und Mechatronik ist sicher der Transfer von Technologien, die ursprünglich für die Weltraumanwendung entwickelt wurden, in die Anwendungen auf der Erde, insbesondere natürlich in die Industrie. Weltraumtechnologie im OP-Einsatz, MiroSearch. Entwickelt im DLR-Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen bei München. Entworfen und designt in den eigenen Werkstätten. Hier wird auch programmiert und optimiert. Der Auftrag ist klar. Die Mission ist es, die Robotik in die Operationssäle zu bringen und diese Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dabei sollen Patienten präziser und schonender operiert werden und Ärzte und das klinische Personal entlastet werden. Die Expertise hierfür bündelt das Miro Innovation Lab. Das Kompetenzzentrum für Medizin-Robotik, das eng mit Chirurgen und Kliniken zusammenarbeitet. So können die Ingenieure Feedback schnell und effektiv umsetzen. Seit über 20 Jahren tragen wir mit unseren Technologien zur Weiterentwicklung der roboterassistierten Chirurgie bei. Dabei setzen wir auf enge interdisziplinäre Partnerschaften mit Kliniken und Industrieunternehmen, um Innovation schnellstmöglich der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. 2013 wurden technologische Komponenten von Miro an Medtronic lizenziert und das System erhielt mit dem Namen HUGO RAS die CE-Zertifizierung. Die modulare Basistechnologie Miro wird im Miro Innovation Lab kontinuierlich weiterentwickelt. Das Besondere dabei, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Module. Je nach Bedarf können Sie einen Roboterarm mit speziellen Instrumenten ausstatten oder mehrere Roboterarme als ein Gesamtsystem verwenden. Miro Innovation Lab – Ihr Partner, wenn es um robotische Assistenzsysteme in der Medizin geht.